blaue markierung was war der blaue markierung? ach der turm stimmt ich hab nur drei bomben leider so dann gibt mir doch den ein oder anderen pfeil mehr gedroppt da oh regenboog, doppelt da sogar so die frage wie kommen wir am besten da hoch ohne drauf zu gehen falsch, erst mal rückreis auf den sprint kann ich mich mit dem durch seine holzplatten porten? ist das eine option? aha sehr gut du 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 hier fehlen mir jetzt irgendwie so ein bisschen meine bomben und dann auch die Geschichten au ok ich lass das besser ich bin dafür aber noch nie ausgestattet ach das hat gut angefangen die theorie war da oh ich bin dafür es kommt ver had were eben ins hat 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 Und dafür verloren. Spitziges Feature. Den Green Goblin, ja mit dem muss ich mich einfach noch zurechtfüllen. Oh. 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 Ups. Schnell weg. Oh nö. Wie viele gibt's denn davon hier? Hm. 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 Gar nicht schön. Hm. 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 Ich da ran? Ich bin da noch nicht ran. Ich da jetzt ran? Oh. Warte auf, kurz rücknen. Ja, mach du mal. Ich hätte vielleicht, ähm, die Stellfläche verlassen sollen. Hm. 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 Trottel. Mit Rüstung. Warm. Mit ohne Rüstung jetzt. Ne, doch da, der ist mit Rüstung. Hm. Dann kann er nicht sein, den Kopf nicht treffen. Ach komm schon. Wo rennt ihr denn schon wieder hin? Hm. 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 Ich sollte auch in die richtige Richtung hauen. Aber man merkt halt wirklich, dass das Kämpfen nicht mehr so ist, wie man es gewohnt war. Dass das irgendwie schon anders geworden ist. Ja. 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 Warte, was? Gerade frag mich, wie komme ich denn jetzt wieder nach oben? Ja. Ahem. Schade. Schade. Was bist... Oh. Oh ne Sprungfehler, okay. Zwei Hängler. Da war das doch einer. Ach ja stimmt, das war ja der Prügel. Den ich genommen habe. Drei Schwert. So, ich wollte zu dem Turm. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht einfach zu dem Turm. Der Leiter wird überwertet. Hallo? Hallo? Leiter? Witzig. Ich habe das Gefühl, ein Video zu sehen. Wie dann? Das darfst du nachdenken? Was ist das? Ja. Schade. Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! ja muss ich jetzt alles zusammen sammeln ja klar Das heißt, ich brauche Rubine, damit ich ihr beim Aufräumen helfen darf. Witzig. Hat sie selber gemacht. Dumm. Ich sollte mir auf jeden Fall ein Pferd besorgen. Und Ausdauer. Ein großer Stein. Wo muss er hin? Ach ne, halt, die liegen jetzt teilweise auch immer nur als quasi Bowler rum. Wie eine... Ich werde das nie auf die Kette kriegen. Ich will eine große Platte. Die ist zu groß. Ja, die ist zu groß, okay. Nehme ich eine kleine Platte. Schaut mal los. Kann er nur nach vorne oder hinten kippen. Reicht ihm das? Kerz. Kerz gerade. Ja, irgendwie nicht. Aber egal. Wenn es ihm reicht, soll es ihm reichen. Nehme ich. Kann ich wieder sie erschrecken. Fleischreis. Aquila-Brücke. Achäh. Angef濃. Wie? Ich verschle. Wie? Achäh. Möge. Wie? 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 So, ne Felsen. Ich dachte, er wäre zu viel. Ich meine, er ist halt der Fall irgendwo gelandet. Und dann halt nicht. Hm, ein 14er Bogen. Ich glaube, da spricht nichts dagegen, einen ungeknacksten Fünferbogen wegzuschmeißen, wenn ich auf keinen 14er Bogen kriege. Ich weiß, Tombo sagte nicht Waffen mit Waffen, aber plus 22 ist das schon schmackhaft derzeit. Ach, der Knochen ist das hier die ganze Zeit so knacken. Ah, ja, da war ein Schrein. Einst. Später. 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 Aber lohnt sich das da vorne drauf zu kleistern. Zack, zwei Hiebel, beide weg. Wir machen den Weg frei, oder so. Falsche Werbung. Egal. Ach, ich kann die gar nicht pflücken, ich dachte ich könnte das pflücken. Nein, bin gar nicht da. Wie werde ich die Dinger wieder los? Ich freue mich glaube ich eine ganze Weile. Kann das sein? So viel Energie habe ich nicht. Kommen die einfach random, oder haben die bestimmte Spawnpunkte? Warum pumkelt es da jetzt noch? Finsterklumpen. Das heißt, wenn die D-spawnen, droppen die immerhin was. Mein Schwert kaputt gemacht, jetzt wächst es mal wieder dahin. Bocklen, Prügel, oder was das jetzt ist. Ich habe eine Überraschung. wahrscheinlich komme ich so hoch nicht ne dachte ich mir nicht so komme mit dem ding okay das heißt ich müsste hier wenn dann klettern kann ich aber definitiv noch nicht weit genug habe ich ganze mit die idee habe ich ich bin noch nicht sicher ob ich das vernünftige umgesetzt und entsprechend erstmal speichern ich Sehr schön. Nicht so schön, er tut weh.